Na alle zusammen, mich hier ist wieder, Hachala, und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Achievement hier in Revendrest. Und zwar schimpft sich der Erfolg, Revendrest ist sündhaft schön und für diesen müssen wir insgesamt 10 Inquisitatoren unboxen. Bevor wir das machen können, müssen wir eine Ruffraktion freischalten. Und zwar schimpft sich die Ruffraktion die Eingeschworenen. Wenn ihr das schon gemacht habt, ist das folgende jetzt nicht wichtig für euch, für alle anderen. Ihr müsst nämlich eine kleine Questreihe beginnen, die so 12, 13 Quests lang ist. Und zwar beginnt die da, wo ich jetzt schon stehe, in diesem kleinen, ich würde es jetzt mal schimpfen, Keller, der sich bei 72, 52 hier in Revendrest befindet, also hier unten in der Nähe der Hallen der Sühne. Und ja, jetzt gehe ich nochmal raus, dass ihr es vielleicht ein bisschen besser seht. Also hier sind die zwei Treppen und da ist dieser kleine Keller. Der wird später noch interessant, denn wir müssen nicht nur hier die Quest starten, die uns dann später hier in das Lager führt und dort im Lager dann ein paar Quests hat. Und am Ende schalten wir halt die Fraktionen frei, beziehungsweise haben dann hier einige Möglichkeiten, bei dem NPC vor mir gewisse Währungen einzutauschen. Denn diese Inquisitatoren, dass sie es noch rausbringen, die wir töten müssen, die können wir nicht einfach unboxen, sondern wir müssen ein Schild, das sie haben, mit einem Item aufheben. Wenn wir dieses Schild nicht aufheben, sind sie unangreifbar und wir können sie nicht töten. Wir brauchen jetzt für jeden von diesen Mobs einen Sündenstein, müssen ihnen die Sünden vorlesen, dann geht ihr Schild weg und wir können sie töten. So einfach ist es. Wo wir diese Sündensteine herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Hier in dem ganzen Bereich können diese Sündensteine droppen, ich meine auch in der Instanz und es können auch verschiedene Währungen droppen und zwar Sündensteinfragmente. Das ist eine Währung, die habt ihr hier einfach im Inventar und die könnt ihr auch auf verschiedenen anderen Quellen auch bekommen. Aus der Paragonkiste sind sie unter anderem drin. Manchmal kriegt man sie auch aus diesen abgesandten Kisten. Man bekommt sie auch teilweise woanders hier im Gebiet. Also da gibt es relativ viele Quellen, die kriegt man eigentlich auch nachgeschmissen und diese Dinger können wir wiederum nehmen, um hier Sachen abzugeben bei dem NPC vor mir. Und zwar können wir einen Sündenstein des Inquisitors holen. Das ist ein grüner Sündenstein für 100 Fragmente. Dann können wir einen Sündenstein eines Hochinquisitors holen. Das ist ein blauer Stein, kostet 250. Und dann können wir noch einen Sündenstein eines Großinquisitors holen. Dafür brauchen wir dann aber 10 Sündensteinfragmente eines Großinquisitors. Und diese bekommen wir wiederum, wenn wir die blauen Inquisitoren töten. Heißt, es gibt grüne Inquisitoren, blaue und quasi epische. Also die drei Stufen gibt es und die sind auch festgelegt. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Und zwar habe ich ein Add-on, das nennt sich Handy Notes Shadowlands. Und das zeigt mir hier diese schönen Marker an. Das kann ich hier auch ausstellen oder einstellen, beziehungsweise mir auch andere Add-ons oder andere Achievements anzeigen lassen. Ist eine praktische Sache, würde ich euch raten runterzuladen. Wir gucken uns jetzt mal alle Inquisitoren an. Und zwar haben wir als erstes Ortilia. Die befindet sich auf den Koordinaten 64, 46. Und die braucht einen kleinen Sündenstein. Ihr seht, 100 Fragmente muss man abgeben, hier unten wo ich bin. Dann haben wir Niku. Die braucht einen epischen Stein. Also 10 Sündensteine eines Großinquisitors muss man abgeben, dass man den Stein bekommt auf den Koordinaten 64, 52. Übrigens, theoretisch kriegt ihr die Steine auch, wenn ihr die Mobs umhaut. Ihr müsst das nicht abgeben, aber da könnt ihr halt dann nochmal zusätzliche Steine bekommen. Dann haben wir Petre auf den Koordinaten 67, 43. Braucht auch einen grünen Stein. Dann Akuria. Die ist die zweite epische. Auf den Koordinaten 69, 45. Dann haben wir Radu. Das ist ein blauer. Der ist auf den Koordinaten 71, 42. Also wenn wir ihn zum Beispiel 10 mal umboxen, dann können wir sie beschwören. Dann haben wir Sorin. Die ist auf den Koordinaten 69, 46. Braucht auch einen grünen Stein. Dann Magda. Braucht einen blauen Stein auf den Koordinaten 69, 51. Dakian auf den Koordinaten 71, 53. Braucht auch einen blauen Stein. Dann haben wir noch Gabi. Auch blauer Stein auf den Koordinaten 75, 44. Und dann haben wir noch Trajan auf den Koordinaten 75, 51. Und das ist wieder ein grüner Mob. Ihr braucht aber immer jeweils den richtigen Stein. Also es gibt nicht irgendeinen grünen oder irgendeinen blauen oder irgendeinen epischen, sondern der muss immer den Namen von dem Mob haben. Und wir werden uns das gleich mal anschauen. Ich opfe jetzt mal noch ein paar Marken. Übrigens, wenn ihr diese Typen umhaut, bekommt ihr auch Ruf und könnt so die Fraktion hochhauen. Kleiner Randestipp hier. Oder ein Tipp am Rande, so besser gesagt. Ihr könnt das Ganze auch in der Gruppe machen. Das wird euch auch gezählt. Und ihr könnt auch in der Gruppe den Ruf hochfarmen. Also das funktioniert alles. Wir werden uns jetzt einmal hier so einen kleinen Sündenstein holen. Ihr seht, hier haben wir einen Sündenstein. Haben das abgegeben. Und jetzt haben wir das Item hier im Inventar. Und das hat auch einen Namen. Das ist zum Beispiel von Petra. Das setzen wir ein. Und jetzt haben wir so einen Extra-Button, den wir hier benutzen können. Und jetzt gucken wir mal, wo war Petra auswendig. Weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ach, er wird sogar auf der Karte markiert. Ja, richtig. Da war ja was. So, und jetzt gucken wir einmal zu Petra hin. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das genau funktioniert. Im Großen und Ganzen war es das aber eigentlich, was ihr wissen müsst. Im Endeffekt laufen wir jetzt zu dem Mob hin. Setzen den Stein auf ihn an. Er wird angreifbar. Und wir können ihn unboxen. Und das können wir eigentlich so oft wiederholen, wie wir wollen. Wenn ihr den Ruf haben wollt, geht aber am besten ins Tool. Sucht euch eine Gruppe. Die meisten Gruppen, die im Tool sind, die hauen halt lediglich Niku und Akuria um, weil die am meisten Ruf bringen. Und dann noch die blauen Mobs, um dann wieder die epischen zu töten. Das kann mittlerweile auch in Schlachtzuggruppen gemacht werden. Hier seht ihr, haben wir Petra. Den können wir nicht mal angreifen. Also er hat hier keine Möglichkeit zur Interaktion. Aber wir können den Sündenstein verwenden. Und dann seht ihr, jetzt können wir ihn angreifen, können ihn unboxen. Kleiner Randtipp. Ab und an kriegt ihr von diesen Mobs hier auch noch einen Debuff drauf. Da müsst ihr dann auch nochmal einen Extra-Button drücken, um dementsprechend einen Debuff runterzukriegen, der relativ nervig sein kann. Der haut nämlich sehr viel Schaden raus und da würde ich euch empfehlen, am besten ein bisschen Auge drauf zu werfen, den Debuff zu drücken. Ist, ja, da kann man dann kurz quasi nichts an Fähigkeiten aktivieren, aber dafür verschwindet der Debuff. Ihr seht, hier kriegen wir wieder ein paar Sündensteinfragmente, bei denen jetzt relativ wenig. Wenn ihr die höherstufigen umhaut, kriegt ihr ein bisschen mehr. Wir können jetzt mal noch kurz runtergehen. Ihr habt gesehen, der hat jetzt nicht sonderlich viel Life. Die blauen und epischen sind da schon ein bisschen krasser aufgestellt, ihr seht. Das ist jetzt einer der epischen, Akuria. Die hat jetzt schon 450.000 Leben und ich glaube, die blauen, da oben ist zum Beispiel ein blauer, die haben so um die 100k. Ich habe alle auch schon solo umgehauen, das geht auf jeden Fall. Ist aber nicht zu empfehlen, macht es in der Gruppe. Da könnt ihr es natürlich dann wesentlich Züge machen. Okay, das waren alle Infos, die ich euch soweit geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit so ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.